Na moin, Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Stutter Speed. Wie ihr schon seht, heute mal in einem bisschen anderen Setting. Ungewohnt. Ungewohnt, ungewohnt. Ihr seht schon, ein Gast zu meiner Linken. Der liebe Jannis ist heute zu Gast. Ja, seit längerem geplant und jetzt haben wir es endlich geschafft. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Ja, wie ihr seht, heute mit Video. Schauen einfach mal, was das wird. Ich stelle euch den Jannis mal vor. Er hat ein bisschen was zu erzählen, denke ich mal. Immer, definitiv. Das ist das erste Mal, dass ich so zu Gast bin in einem Podcast. Okay. Normalerweise führe ich ja die Interviews. Das ist so die Position, die ich kenne irgendwie in meinem Podcast und auch als Beruf so. Aber es ging mir ganz interessant, mal die anderen die Arbeit machen zu lassen. Auch mal ein bisschen Abwechslung. Ja, genau. Das ist auch immer gut. Perfekt, mal auf der anderen Seite. Aber bevor wir rein starten, würde ich erst mal sagen, was war das letzte Foto? Wer möchte anfangen? Ist mir relativ egal. Dann fang du mal an. Ich weiß es auf jeden Fall. Du weißt es? Mein letztes Foto war gerade hier. Stark. Ich habe vom Mikrofon ein Bild auf dem Stuhl gemacht. Okay, okay. Das ist sehr digital. Sorry. Gilt da jedes Foto oder muss das irgendwie ein richtiges, also ein echtes? Theoretisch jedes, aber so irgendwas, wo du vielleicht einen kleinen Satz zu sagen kannst, würde ich sagen. Boah, also das letzte Foto, was ich gemacht habe, war mit Sicherheit ein Foto von unseren Kaninchen. Wir hatten zwei Zweiergruppen, die wir gerade vergesellschaften. Und ich musste meiner Freundin beweisen, dass sie jetzt ganz friedlich an einem Napf essen. Und es ist super unspektakulär. Aber ja, ich glaube, das ist das Letzte, was ich fotografiert habe. Okay. Gibt es was zu erzählen? Es gibt immer was zu erzählen. Ja, aber Kaninchen sehe ich auch immer oft bei dir irgendwo. Ja, genau, genau. Wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe auf nackte Frauen, dann verbiere ich, glaube ich, nur noch Kaninchen. Das ist ein guter Plan. Ja, genau. Das sind dann die Alternative. Die anderen Bunnies sind das dann, die ich dann ablichte, ja. Okay, cool. Was war denn deins? Ich muss gerade mal überlegen. Wahrscheinlich gestern auf dem Konzert. Ich war gestern bei dem Lieben Gola Gianni in Köln im Clubbahnhof Ehrenfeld und habe da Fotos gemacht. Und das war wahrscheinlich mein letztes Foto. Also irgendeines, was ich da gemacht habe, irgendein letztes, wo die da auf der Bühne rumgehampelt sind, sage ich mal. Das war wahrscheinlich das Letzte, würde ich sagen. Ja. Welcher Kamera denn? Ähm, mit so einer neuen. Aber dazu irgendwann mal mehr. Ja. Spannend. Spannend. Ist das verpönt, so neue, moderne Kameras bei euch? Ist das so ein Ding, wo ihr euch so ein bisschen verschämt? Es wirkt ja gerade so ein bisschen so, ja, digital leider, weiß ich nicht so. Ja, es ist immer so eine Sache. Also an sich nicht, aber dafür gerade schon noch so ein bisschen. Also es ist so, naja, mal gucken, wann das so, wann ich so sage, das ist jetzt wirklich so meine und das möchte ich jetzt auch veröffentlichen. Geht jetzt damit raus, dass ich das benutze? Ja, nee. Aber es macht sehr viel Spaß mit der Kamera. Aber es ist eine schöne Kamera, würde ich sagen. Macht schon Bock. Kann man schon sagen. Kann ich zwischen. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ja. Es ist alles geheim hier. Es ist alles hinter euch passiert das. Ja, genau. Deswegen alles im Dunklen, im Geheimen. Ja, aber ich würde sagen, erstmal zurück zu dir, dass wir auch ein bisschen was über dich lernen. Geht sofort. Schieß los. Ich würde gerne einfach mal so ein bisschen erzählen, wie bist du da eigentlich zur Fotografie gekommen? Das ist ja so die Standard und wichtigste Frage, würde ich sagen. Ja. Und vor allem wann vielleicht auch. Das ist wahnsinnig lange her. Also was heißt wahnsinnig lange her? Das erinnert mich daran, wie alt ich bin. Ich muss 18 gewesen sein. Also vor 13 Jahren. Und eigentlich war das, ich will nicht sagen Zufall, aber so ein Mittel zum Zweck Ding. Weil eigentlich wollte ich gerne Journalismus machen und wollte gerne für die Zeitung schreiben. Habe das auch nach meinem Abi irgendwie so als Überbrückungszeit gemacht. Und hatte aber, weil ich schon mal ein Studium angefangen und abgebrochen hatte, gewusst, okay, mich irgendwie in den Hörsaal setzen und dann Politikwissenschaften oder irgendwas anderes studieren, was irgendwie so klassischer Einstieg in den Journalismus ist, werde ich furchtbar scheiße und langweilig finden. Gar keinen Bock drauf. Und dann kam irgendwann so über das Fotografieren für die Zeitung, wo man dann ab und zu, ich weiß, wie das ist bei den kleinen Blättle so, die haben nicht immer den großen Stuff an Fotografen. Das heißt, da müssen die Schreiberlinge auch mal selbst mit so einer kleinen DSLR irgendwie so ein paar Bilder selbst machen. Und da kam ich halt irgendwie auf die Idee zu sagen, okay, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, irgendwie Geschichten erzählen von der anderen Seite zu machen, das miteinander zu kombinieren. Und dann als ich-kann-alles-Journalist mehr oder weniger dann darüber, diesen Beruf mir zugänglich zu machen, habe ich in Zügen auch dann so gemacht, kurze Zeit. Okay. Aber es war relativ wenig Liebe dabei am Anfang. Ich habe leider nicht diese klassische, ja, mein Opa hat mir kurz vor seinem Tod seine Kamera geschenkt, bla, Geschichte. Die habe ich jetzt nicht. Bei mir war das wirklich reines Kalkül, dass ich das angefangen habe. Und die Leidenschaft kam dann erst mit der Zeit. Okay. Aber es war auch ganz cool, denn das ist mal ein bisschen ein anderer Weg vielleicht auch. Es ist also irgendwie dann jobbedingt und einfach so reingerutscht irgendwie. Richtig. Aber vorher hast du dann gar nicht fotografiert oder nur mal so geknipst? Quasi gar nicht. Ich hatte, glaube ich, einmal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich will jetzt gerne Fotos machen und habe mir dann hinter dem Rücken meiner Mutter eine Spielreflex gekauft mit meinem Vater. Das ist so ein klassisches Scheidungskind, der war gewesen. Er war mit mir im Laden und sie wusste da nichts von. Naja. Aber das war auch nicht ernsthaft. Ich habe dann aus Spaß an der Freude so ein bisschen dann fotografiert. Aber ich glaube, nach zwei ernsthaften Versuchen lag die Kamera dann auch wieder nur rum Ewigkeiten, bis ich es dann wieder aufgenommen habe. Also das war tatsächlich der Start, würde ich sagen. Okay. Also da alles so sehr digital noch? Ja, ja. Okay. Und wann bist du dann das erste Mal mit Filmen in Berührung gekommen? Boah, das ist vermutlich eine Standardantwort, aber es muss vermutlich irgendwie gewesen sein, als ich so auf die Bücher von Ben Bernschneider aufmerksam geworden bin und so ein bisschen mit dem Kram angeguckt habe und ich fand es total cool. Und ich muss ja sagen, bis zu dem Zeitpunkt gehörte ich ja auch zu diesen Leuten, die furchtbar anfällig waren für so Preset-Werbungen und dann irgendwann ewige Bibliotheker-Presets irgendwie im Rechner hatte und dann aber nie wirklich zufrieden war und gefühlt immer, wenn ich dann so ein neues Preset-Pack für mich entdeckt hatte, und gesagt habe, ah, das ist jetzt der Shit, das heißt, ich muss jetzt alle meine alten Shootings nochmal schnell wieder neu zurückholen und so weiter. Ja. Und ich hatte irgendwann da einfach die Schnauze voll, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, mich durch 20, 30, 40, 50 Presets hin- und herzuklicken und bin dann, wie gesagt, auf Ben gestoßen und habe gedacht, ach, Film, das gibt es ja auch noch. Das gibt es auch noch. Und dann habe ich das ausprobiert und habe das eine Weile so ein bisschen parallel gemacht und dann eines Abends, da hatte ich mich tatsächlich gerade mit Ben vorher auf ein Bier getroffen in Hamburg. und saß dann am Hafen und habe dann online meine M6 gekauft und ab dem Moment war dann... Oh, da war vorbei. Das Hölsch, da war vorbei. Ja, dann war danach so ab und zu mal noch so kurz ausprobiert jedes Mal, wenn ich denke, fuck, das ist mir zu teuer geworden. Ich glaube, ich versuche doch nochmal und dann mache ich ein Shooting mit einer digitalen und kotze danach im Strahl auf Lightroom, deswegen... Jetzt klingelt das Telefon. Wir sind nicht da, aber ist auch schon wieder vorbei. Ja, genau. Und so hat es dann angefangen und ab dem Moment waren wir mehr oder weniger full-on analog aus Faulheit. Okay, okay. Ja, sehr cool. Also hört sich auf jeden Fall gut an. Und dann ging es los. Dann ging es los. Aber digital machst du ja trotzdem auch immer noch zwischendurch mal so ein bisschen nebenbei. Boah, super, super selten. Also ich habe da noch eine Digitalkamera, die verstaubt, aber wenn ich sie nicht gerade ab und zu mal raushole, um halt Bilder von meinem Sohn zu machen, weil Kinder fotografiert man ja gerade, wenn sie jung sind, gefühlt jeden Tag und da ist Film dann vielleicht ein schwieriges, also finanziell schwieriges Medium irgendwann. Deswegen, dafür kommt die dann irgendwie noch alle zwei Wochen dann mal zum Einsatz, um so ein paar Bilder zu knipsen. Aber ernster fotografieren, fotografieren tue ich damit eigentlich gar nicht mehr. Ja, okay. Ja gut, aber mal so zwischendurch. Ja, genau. Es geht nicht verloren, aber verstehe ich auf jeden Fall auch. Ich glaube auch, wenn man ein Kind von einem Fotografen ist, ich glaube besser geht es eigentlich nicht. Wobei es ist auch wieder so ein Dilemma vielleicht. Besser oder schlechter. Der wird sich auf jeden Fall nicht davon retten können, dass man bei jedem späteren Event, 18. Geburtstag, Abitur, Hochzeit und so weiter, hunderte Kinderfotos rauskramen kann. Alle in super Qualität, die man richtig schön groß auf Leihmüde produzieren kann. Also das ist so ein Schicksal, was der vermutlich irgendwann alleine wird. Ja, aber so und mehr. Also es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als kollektiv gute Kinderbilder zu haben. Also wenn ich mich zurückerinnern, das ist immer so ein bisschen... Ja, das stimmt. Ich hätte ja gewünscht jemanden zu haben, der fotografieren kann, sag ich mal. Ja, eigentlich schon, ne? Das stimmt. Das ist eigentlich schon stark. Wobei ich glaube aber auch so Kinder sind auch so, da wird irgendwie jeder zum Fotografen, ne? Ey, sofort. Also es ist so, alle halten irgendwie die Kamera drauf und vor allem natürlich auch die Eltern. Ich meine, das ist auch verständlich, ne? Ja. Es ist total normal. Was halt so ein bisschen schade ist, es ist so ein bisschen verloren gegangen, diese Fotoalbumkultur. Mhm. Mhm. Und ich finde das total geil, weil bei uns steht halt auch irgendwie Kinderfotoalben so im Bücherregal. Mhm. Und die kramt man dann vielleicht doch ab und zu mal raus und knettet nochmal durch. Aber wer schnappt sich eine zehn Jahre alte Festplatte und da nochmal durch irgendwelche Ordnung zu gehen? Das machst du halt eben nicht. Ja. Deswegen analog. Ganz wichtig. Analog. Oder halt getan und dann einfach ausdrucken lassen. Oder ausdrucken lassen. Ja. Das ist so einfach. Ja. Das ist so einfach. Genau. Bitte nur Abzüge in der eigenen Dunkelkammer zu Hause. Genau. Nur das ist das Einzige, was geht. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber kann ich voll verstehen. Sehr cool. Ja, mega. Und dann ging es so weiter und dann bist du immer mehr auch zu deiner persönlichen Fotografie gekommen und hast quasi angefangen auch Shootings zu machen. Oder war das dann zu der Zeit auch schon? Das war schon. Oder wann kam das so danach? Nein, also dieses klassische mit Models treffen und fotografieren, das ist so geboren worden in dieser ganz, ich nenne es jetzt rückblickend, ganz furchtbaren André-Joslin-Ära, wo plötzlich alles gleich aussah. Wo alle gedacht haben, 35 mm, 1,4, so ein Untergang ist jetzt die Antwort auf alle fotografischen Fragen. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe das ewig gemacht. Und auch da natürlich Presets und so weiter. Kennt man ja. Und da hat das angefangen mittlerweile. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich da Teil war, aber waren wir irgendwie alle in der Regel. Das zählt ja zu dem Weg dazu, würde ich sagen, oder? Ich bin aber froh, dass diese Phase vorbei ist. Und mittlerweile sieht man wieder ein bisschen Diversität irgendwie auch auf Instagram, wenn man so ruhig guckt. Das war vor zehn Jahren, war das halt gar nicht da. Ja, okay. Und ja, genau. Dann hat sich dann immer mehr entwickelt in diese Nude-Richtung, wie ich auch jetzt fahre. Und auch das war tatsächlich eher Kalkül, dass es das geworden ist. Weil du kommst ja mit irgendwie Mädels aus der Nachbarschaft und deren Garderobe kommst du ja fotografisch bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und irgendwann musst du dich dann entscheiden, will ich, dass das ein Level höher geht? Aber dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt nur noch die Mädels aus der Nachbarschaft und dann brauche ich auch nicht nur deren neue Jeans von H&M zu. Und dann brauche ich im Zweifel einen Stylisten und vernünftige Garderobe, damit die Bilder halt irgendwie ein bisschen was anderes ausstrahlen. Es ist halt einfach so. Ein Level höher einfach. Genau, um so ein Level höher zu kommen. Und das war mir einfach zu aufwendig. Ich war auch da zu faul dafür, mich darum zu kümmern, weil es natürlich ein anderer Aufwand ist, das zu organisieren für ein Shooting. Und tatsächlich war halt Aktfotografie so die für mich andere Möglichkeit, weil da brauchst du dieses ganze Drumherum nicht. Da brauchst du keine große Inszenierung zu machen, damit Bilder funktionieren, weil die auf einem ganz anderen Level funktionieren, auf einer ganz anderen Ebene. Und so hat es halt angefangen, dass ich mich halt super angefangen habe, dafür zu interessieren und das anzufangen zu machen. Mittlerweile ist das ja quasi mein Kerngeschäft geworden. Ja, wenn ich mir deine Bilder so angucke, würde ich sagen. Ja, genau. Es ist mein Kerngeschäft geworden und mittlerweile verfolge ich das ja auch mit einer großen Leidenschaft. Leidenschaft natürlich nicht im sexuellen Sinne, das muss man ja irgendwie immer bei dem Thema klar trennen. Ja. Aber auch das hat halt angefangen aus einer Kalkülfrage heraus eigentlich. Natürlich. Okay. Ja, interessant. Das war generell auch eine Frage, die aus der Community halt kam. Wie kommt man dazu, solche Fotos halt zu machen? Oder wie kommt man da rein in diese Branche, sag ich jetzt einfach mal? Wie kommt man dazu? Gibt es da wahrscheinlich auch keine Standardantwort drauf, sondern einfach so kommt halt irgendwie... Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Man muss halt... Also gerade Aktfotografie ist ja so ein Thema, was ganz besonders viel auf Vertrauen basiert. Ja, voll. Auf der Verletzenden Seite. Und da muss man halt irgendwie das Glück haben, um damit anzufangen, dass man irgendwann mal auf einen Menschen trifft, der einem diesen Vertrauensvorschuss gibt. Auch wenn du noch nicht das große Portfolio hast, um irgendwie zu zeigen, dass das, was du machst, irgendwie gut ist und dass da was vernünftiges bei rumkommt. Ja, voll. Und ich hatte halt das Glück, dass ich da ab und zu mal so auf einzelne Menschen gestoßen bin, wo ich das halt antesten und ausprobieren konnte. Und daraus irgendwann, wenn du dann eine gewisse breite an Arbeiten hast und damit auch klar ist, okay, das, was du machst, ist halt legit und das ist halt irgendwie keine komische Masche, die du da fährst, sondern es ist tatsächlich... Es geht da um einen künstlerischen Hintergrund. Ab dem Moment ist es auch total fein. Und gerade mit meinem Umzug dann hier in Großstadt und so weiter, ist es natürlich nochmal ganz, ganz anders, als ich noch in Belgien gewohnt habe, in meiner Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, wo man sich die größten Sorgen macht, was denn der Nachbar und die Kollegin der Mutter denken, wenn ich die so einiges tue. Da war es natürlich, also da war es unmöglich. Ja, da wäre das so, da hätte ich sofort rumgesprochen und es wäre wahrscheinlich irgendwie... Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich irgendwie Antworten bekommen habe, so von wegen, boah, ich würde das so gerne machen, ich finde solche Fotos so schön, aber kann ich leider nicht, weil... Mhm. So, weil dann wird geredet. Ja, okay. Das ist halt so diese Sache, die... Ja, verstehe ich auch. Da musste jetzt der Umzug irgendwie nach Deutschland irgendwie in die Großstadt hin, damit das irgendwie funktioniert hat, damit ich da auf Menschen getroffen bin, die halt das gleiche Mindset hatten, die halt wussten, okay, das, was ich da mache, ist Kunst und niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er daran teilnimmt und das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder irgendwie... Absolut nicht. ...vor der Family oder den Arbeitskollegen rechtfertigen. Ja, ja. Also je nachdem, in welchem Umfeld natürlich, ne? Das ist... Ja, klar, es ist halt immer so die Frage, aber ich meine, man kann es ja auch nur für sich machen, ich meine, man muss ja nicht unbedingt die Bilder veröffentlichen. Es kann ja auch sein, oder ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, aber wahrscheinlich ja auch, ne? Dass, wenn die Models halt das nicht wollen, aber trotzdem gerne so ein Shooting hätten und nur für sich die Bilder haben wollen, geht ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, das ist dann bei gebuchten Aufträgen auf jeden Fall. Ja. Natürlich, wenn ich so fotografiere für meine Projekte, dann macht das halt... Klar, dann macht es keinen Sinn. Macht halt keinen Sinn. Das ist schon klar, ja. Genau. Ja, okay. Also würdest du sagen, die Leute sind schon dann deutlich offen? Also ich meine, gut, vor allem in Köln sind die Leute wahrscheinlich schon sehr offen, ne? Auf jeden Fall, ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Und, ja, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass du aus Belgien kommst ursprünglich? Ja, wirklich. Du bist da geboren, ne? Ja, genau. Ich bin da geboren und aufgewachsen, ja. Okay, cool. Ja, okay. Spannend. Und dann quasi rüber und dann hier angefangen und, aber bist du direkt in Köln dann gestartet oder erst mal woanders? Ne, ich habe zuerst am Niederrhein gewohnt und dann im Pott in Essen. Ah, okay. Und das war mein erster Begründungspunkt. Ich habe zwar lange in Köln schon gearbeitet, aber wohnen tue ich noch nicht so lange hier. Das ist jetzt erst letztes Jahr. Endlich bin ich mal hier gelandet. Ja, okay. Ja gut, das ist immer schwierig hier, irgendwas zu finden und der Klassiker. Ja, und es kann auch sein, dass das Abenteuer Köln auch schon relativ bald wieder zu Ende ist, weil ich habe schon erzählt und mit Kind wünscht man sich ja früher oder später doch ein bisschen was Größeres und im Zweifel einen Garten wäre schön, damit er spielen kann. Du bist doch super hier in der Innenstadt in Köln. Du kannst einfach so ein schönes Haus kaufen. Ja, genau. Wir wohnen da gerade in Ehrenfeld-Ecke-Lindenthal am Melaten und ja, ich sage mal so, wenn wir doppelt so viel zahlen wollen würden, wie wir jetzt zahlen, dann kriegen wir das vielleicht auch. Ja, klar. Andernfalls ist es halt nicht möglich, deswegen zieht es uns vermutlich dann auch früher oder später dann raus aus der Stadt, wie viele anderen halt auch. Ja, okay. Aber das ist ja auch okay. Ist ja auch wieder ein neues Kapitel, so einfach würde ich sagen. Eben. Aber, ja. Eine Frage, die mir gerade noch einfällt, die auch aus der Community kam. Lieber Borussia und Max an der Stelle. Der hat mich gefragt, wie hat sich deine Fotografie verändert, seitdem du jetzt Dad geworden bist? Also würdest du sagen, es hat sich verändert generell? Ja. Ich glaube, das, was ich fotografiere, hat sich nicht sonderlich geändert. Die Häufigkeit hat sich selbstverständlich verändert. Ja, klar. Und ich habe endlich die Antwort auf die Frage gefunden, seit ich Vater bin, wann ich zu alt bin, um mich mit Anfang 20-jährigen Frauen allein in Hotelzimmern zu treffen, um sich zu fotografieren. Das ist dann, wenn mein Sohn alt genug ist, um damit anzufangen. Ja. Dann bin ich zweit, dann weiß ich genau, das ist jetzt mein Moment zum Abtreten. Dann kann ich das Family-Business quasi weitergeben. Ja. Und was sich jetzt verändert hat, das ist eine ganz neue Entwicklung, weil ich will natürlich gerne auch so viel Zeit wie möglich mit meiner Family verbringen und nicht nur irgendwie allein auf Shootings hängen. Das würde meine Freundin auch, glaube ich, nicht mitmachen. Ja. Und die hat das auch irgendwie letztens mal den Wunsch geäußert, ey, ich würde gerne auch, glaube ich, mal anfangen zu fotografieren. Und da entwickelt sich gerade so ein bisschen so eine Quality-Time zu zweit draus, dass wir irgendwie gemeinsam sowas machen. Ja. Also ich mache zwar die gleichen Bilder wie vorher, aber das Setting ist halt was anderes. Und ich mache das dann plötzlich nicht mehr alleine, sondern habe irgendwie so meine Verlobte mit dabei und führe die da so ein bisschen ein in diese Welt und führe die da ran. Und das ist eine Sache, die sich definitiv geändert hat. Und das ist aber was ziemlich cooles. Ich würde gerade sagen, das ist doch perfekt eigentlich. Es ist super. Besser geht es eigentlich nicht. Eben wirklich. Also aus mehreren Gründen. Erstens, weil man natürlich die Zeit hat, die man mehr zusammen verbringen kann, weil man eine Leidenschaft hat, die man mit jemandem teilen kann. Und auch, weil, und das ist eine Sache, die kann ich tatsächlich jedem, vor allem männlichen Fotografen empfehlen, der irgendwie eine Partnerin hat. Und wo es ja doch ab und zu vielleicht doch schon mal zu so eifersüchtigen Leiden kommt, was ich total verstehen kann, wenn man diese Art von Bilder macht. Diesen Menschen einfach mal mitzunehmen zum Shooting. Gleiches gilt für Lebensgefährten, Lebensgefährtin von Modellen, die vielleicht so ein bisschen skeptisch sind. Mitnehmen zu Shootings, um diesen Mythos von irgendeiner sexuellen Spannung am Set irgendwie zu brechen. Was ja total Hanebüchen ist. Ja, klar. Wenn man es seriös macht, kommt es halt nicht vor. Genau. Klar, man bekommt es halt immer mal wieder irgendwo mit. Nein, 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 nein. Aber es ist halt so. Und dann ist es halt direkt so ein Stereotyp. Und man denkt immer, ja, es ist dann überall so mäßig. Ja, richtig. Vor allem, wenn man sich damit jetzt überhaupt nicht auskennt und überhaupt nicht darüber informiert oder so. Aber, ja, eigentlich. Aber gerade dann tatsächlich ist es die beste, beste Tipp, wenn ich jedem Partner, jeder Partnerin auf beiden Seiten mitgeben kann, ist, da mal mit hinzugehen, um da mal ein Gespür zu bekommen, wie das da abläuft. Ja, voll. Weil es geht ja in diesen Momenten nur darum, wie kreere ich ein Bild. Ja. Und das muss man, glaube ich, einfach mal mit eigenen Augen gesehen und miterlebt haben, damit man das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann und damit so diese Bilder, die man ja automatisch dann im Kopf hat, dass man die so ein bisschen wegradiert bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall auch eine Frage, die aus der Community kam. So quasi, was hast du für Tipps für Leute, die damit anfangen wollen oder die da vielleicht schon drin sind, aber noch nicht so sicher oder nicht so oft und was man da einfach machen kann. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein guter Tipp. Also ich weiß jetzt nicht, ob du noch mehr Tipps hast, aber... Du bist ja gerade der Profi, du bist ja der... Kurz einmal. Step by step. Ja. Wie gesagt, wenn man... Wichtig ist natürlich, dass man irgendwie Glück hat, dass man im besten Fall jemanden findet am Anfang, der halt diesen Vertrauensvorschuss gibt, mit dem man halt ein bisschen experimentieren kann. Ja. Einfach damit man was vorzuzeigen hat. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Riesending. Das Problem ist, ich kann so viele Tipps geben, die ich alle selbst nicht beherzige. So Moodboards zum Beispiel, damit irgendwie beide Seiten ein Gefühl dafür haben, wo soll's hingehen, damit sich auch das Modeln ein bisschen sicherer fühlt. Ja. Auch so eine Sache, die ich eigentlich von mir aus nie mache, weil ich nie vorher weiß, was ich gerne danach fotografieren möchte. Und auch eine Sache, die ich selbst eigentlich nie beherzige, ist, trefft euch vielleicht gerade mit Modellen, die ihr nicht kennt, dann nicht unbedingt alleine in, zum Beispiel in meinem Fall in einem Hotelzimmer. So. Da ist das Setting an sich ja schon so ein bisschen potenziell schwierig. Ich hab das oft genug gemacht, aber hab da auch nicht groß drüber nachgedacht. Aber ich glaub, da ist es generell ganz gut, wenn man von vornherein irgendwie schon bei der Projektabsprache, bei der Anfrage irgendwie direkt klar macht, hey, bring einen Freund, eine Freundin, Partner, Partnerin mit. Und einfach um direkt so ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, so, ey, die Person ist nicht alleine. Voll. Weil, ich mein, alle Geschichten, die wir kennen, wo es irgendwie zu übergriffigem Verhalten gekommen ist, das waren alles immer Geschichten, wo das Modell und der Fotograf irgendwie an so einem Ort alleine waren. Wo es halt irgendwie keine Zeugen, nichts drumherum gab, dass in Werte eingreifen oder Schützen oder was auch immer kommen. Ja. Bei mir kommt da immer sofort dieses Wort Lost Place, kommt da immer so direkt in den Kopf, was so ein sehr verbreitetes Ding ist, glaube ich, wo man das immer wieder hört. Ja, richtig. Und so, also da auf jeden Fall irgendwie sofort, also Sicherheit geben ist sowieso das allergrößte. Und das geht mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel, ja, auffordern, jemanden mitzubringen, sich an Absprachen halten, auch so ein großes Ding. Ja. So nicht auf dem Shooting versuchen, irgendwie noch das eine Kleidungsstück mehr loszuwerden. Na klar. So auf Druck. Das sind auch alles solche Sachen. Nee, das sowieso nicht. Also, ja. Ich finde, das kann man auch gut auf normale Shoots anwenden. Also, das, weil normalerweise sagt man ja, wenn man, oder wenn ich jetzt, als ich angefangen habe mit, sage ich mal, Personen zu shooten, fand ich es immer schwierig, so eine Grundstimmung aufzubauen, die so locker ist. Weißt du, also man ist natürlich immer höflich nett und offen für alles, aber ist immer schwierig, da so eine, quasi in diesen Workmodus so reinzugehen und trotzdem dieses, alles ist entspannt beizubehalten, wenn man irgendwie auch sein Zeug irgendwie so machen möchte. Ja. Ähm. Ist, glaube ich, ganz gut, da jemanden irgendwie dabei zu haben, der da nochmal so mit auflockert. Auf jeden Fall. Musik ist immer ganz wichtig. Ja, wollte ich auch sagen, 80's Playlist. Ja. Möglichst, möglichst unsexy Musik, also je sexier das Shooting oder je nackter das Shooting, desto unerotischer muss die Musik sein, Leute. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und auch eine Sache, die ich nicht plane, die passiert immer so beiläufig, also wenn ich mich gerade mit einem neuen Model treffe, eigentlich das Erste, worüber ich so anfange zu erzählen, wenn man so sich warm quatscht am Anfang, ist irgendwie, ach ja, und meine Kaninchen und meine Freundin und jetzt mittlerweile ja, mein Sohn, der kann sich jetzt drehen und bla. Ja. Also direkt irgendwie von vornherein so dieses, auch wenn die Person das bestimmt weiß vielleicht von Instagram, dass man irgendwie Partner, Partner hat, aber sofort irgendwie durch das, wie man sich gibt, klarzustellen, es gibt ja keine anderen Interessen, als ich möchte ein gutes Bild machen. Ja, voll gut. Das schiebt dieser ganzen Sorge, die vielleicht das ein oder andere Model aus Gründen leider oft hat, halt direkt einen Riegel vor. Das macht da direkt klar, okay, das ist nicht das, wofür wir hier sind und dann können wir danach alle ein bisschen entspannter irgendwie rangehen und arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, das sorgt, glaube ich, einfach für eine entspanntere, lockere Atmosphäre. Ich finde es auch immer so, was mir immer ganz gut auch hilft oder so mir beim Shooten, so einfach so dieses nicht direkt in diesen Work-Modus zu gehen, sondern vielleicht erst mal Kaffee trinken. Ja, das ist ganz toll. Einmal ein bisschen quatschen, dass man die Person auch so ein bisschen kennenlernt und dass man einfach, ja quasi halt einfach mal erst mal entspannter rein startet, so ein bisschen das Eis bricht und dann so langsam in diesen Work-Modus geht, vielleicht davor schon mal ein bisschen bespricht, was man machen möchte. Und ich glaube, das macht schon Sinn. Und Musik sehe ich auf jeden Fall auch. Ja, genau. Musik ist ganz wichtig. Also ohne Musik ist das... Ich fühle mich dann selber auch immer noch wohl, weil dann ist so diese Stille. Ja. Und dann hört man nur so einen Kamerashatter die ganze Zeit klicken und dann irgendwann... Ja, ja. Immer nur klick, klick, klick. Sorgt man da so ein bisschen aus irgendwie. Also ich finde Musik ist immer sehr wichtig. Ja, beim Studium ist es auch schwierig, so ein Gespräch zu führen, weil du kannst als Fotograf reden, aber das Modell kann nicht die ganze Zeit antworten, weil sonst kriegst du gar keine Bilder hin. Ja, ja. Voll. Deswegen ja Musik allein schon als Hintergrundgeräusch. Ich meine, das kennen wir ja irgendwie sowieso schon. Wenn du im Café sitzt mit Freunden und es läuft da Musik, dann ist es gar nicht schlimm, wenn mal zehn Sekunden jemanden nichts sagt. Aber wenn es ruhig ist, ist es sofort... Ja. Ja. Immer ein bisschen unangenehm. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, sehr, sehr cool. Aber ja, dann würde ich auch direkt mal auf dein anderes Topic noch kommen, was wir jetzt gerade schon ein bisschen angerissen haben, die Hotel-Stories in dem Fall. Ja, ja, ja. Da gibt es ja so ein Projekt, was da so am Laufen ist. Ein ganz kleines Projekt. So, und jetzt 30 Sekunden einmal Werbung in die Kamera. Nein, Spaß. Ja, du hast über mehrere Jahre jetzt dieses Projekt schon... Hast du es damals schon mit dem Hintergrund jetzt gestartet? Ja, oder? Ich versuche mich daran zurück zu erinnern. Wenn nicht von vorne weg, dann doch ziemlich schnell. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich schon vor dem ersten Shooting gesagt habe, ich will das auf jeden Fall machen. Vermutlich war es so, dass ich am Anfang gesagt habe, hey, ich fotografiere mal in einem Hotel und dann fand ich es geil. Und dann kam die Idee vermutlich relativ schnell, dann daraus irgendwie eine Strecke und aus den Strecken dann später irgendwie ein Buch zu machen, hat sich tatsächlich lange hingezogen. Ich glaube, das erste Mal fotografiert habe ich 2019 oder Anfang 2020. Und dann kam Corona, dann wurde alles direkt erstmal ein bisschen schwieriger. Ja. Und jetzt dieses Jahr irgendwie das ganze Thema abgeschlossen. Ich habe zwar nach dem letzten Shooting für das Buch gesagt, ich kann jetzt erstmal keine Hotels mehr sehen, aber ich werde dann wieder sofort wieder in irgendwelche Hotels immer rein, weil irgendwie dieser Vibe, den man irgendwie da hat in diesen Häusern, das lässt mich nicht los. Aber ja, ewig daran hantiert und ewig quasi für mich selbst, wie man das so kennt, meine eigene Deadline immer weiter verschoben und gesagt, ja, ich mache das schon noch irgendwie. Ja, der kommt bestimmt irgendwie irgendwann. Und dann habe ich letztens irgendwie gesagt, ich schiebe das jetzt nicht mehr auf, ich mache das jetzt, weil sonst wird da nie was draus. Und ja, dann habe ich meine Grafikerin beauftragt, habe mir meine Bildauswahl geschickt, gesagt, bevor du Großlayout machst, paar Mockups zum Start, weil dann starte ich das Crowdfunding und dann kann ich kein Rückzähl mehr machen. Dann ist halt einfach, dann ist es da. Dann muss es passieren, ja. Dann muss es passieren, genau. Ja, aber cool. Ich meine, gut, das ist ja auch schon mal praktisch, dass du dann jemanden hast, der das für dich grafikmäßig aufarbeitet und dass du nicht diesen Workload auch noch hast, weil da gehört ja auch schon krass viel dazu. Ja, und ich wäre auch einfach gar nicht fähig. Also ich war ja nicht mal, ich hatte nicht mal Bock, mich mit Lightroom genug auseinanderzusetzen, um mir meine Bilder darin zu bearbeiten. Geschweige denn, mir jetzt nur noch InDesign raufzuschaffen und Druckdaten zu schreiben mit Schnittkabel und ganzen Kram. Ja, das war ja auch vorbei. Da bin ich auch so raus. Nee, also kuratieren in einer PowerPoint-Präsentation, ja. Kennen wir. Aber daraus ein Layout zu machen, das überlasse ich lieber Leuten, die das können. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, okay, cool. Also längeres Projekt schon gewesen. Ja. Von Anfang an hast du schon dann fast gesagt, okay, das wird ein Buch. Ja. Beziehungsweise ist es ja noch ein bisschen mehr geworden. Es gibt ja noch Prints dazu. Ja, klar. Und eine Special Box, wo man noch nicht so richtig weiß, was da drin ist. Ja, genau. Ich kann vielleicht einen kleinen Sneak. Okay, sehr gerne. Ich hatte irgendwann, hast du eine Story gemacht, wo ich gesehen hatte, was die Leute gerne hätten. Ja. Als Goodie. Und ja, ich fand Bademantel, fand ich mega. Fand ich auch ultra geil. Bademantel fand ich so gut. Aber wenn man das vernünftig und nachhaltig und fair produzieren will, dann muss das dann am Ende 150 Euro pro Stück kosten. Das ist einfach so gut. Too much. Das macht Wahnsinn. Deswegen habe ich das gesagt. Okay, das lasse ich raus. Ich fand die Idee auch ultra, ultra gut. Ja. Aber das würde ich von niemandem verlangen wollen. Nee. Das ist einfach... Nee, musst du vielleicht eine Special Edition nur für dich machen. Ja, genau. Ich mache einen einzelnen Bademantel nur für mich und den ziehe ich dann immer zu Shootings an. Das lockert die Atmosphäre auch super auf, wenn du einfach schon nackte Bademantel auftrittst. Das ist super. Super. Ja, das gibt es auch dieses Meme. Hast du was gegen Unity? Nein? Ah gut, dann ziehe ich mich jetzt mal aus. Oder so Hotelschlappen. Oh, ist auch stark. Habe ich auch daran gedacht. Das sind so viele Sachen, an die ich daran gedacht habe, die aber tatsächlich dann einfach oft leider Gottes so super teuer sind. Es ist auch so super nischig irgendwie. Also wer außer einem Hotel offensichtlich macht jetzt Badeschlappen oder einen Bademantel mit einem Logo drauf oder so. Und die nehmen wahrscheinlich tausend Stück ab und du nimmst dann ein paar weniger ab. Ja genau. Und wenn ich 10 Stück abnehme und dann kosten die Schlappen auch 40 Euro. Ja, ich würde mir auch nicht für 40 Euro Schlappen kaufen. Egal, wie gerne ich da irgendwie einen Creator, einen Fotografen dazu unterstützen möchte. Das muss ja auch irgendwie in einem Rahmen bleiben, der irgendwie Sinn macht. Ja, voll. Und ja, halt eben deswegen dann lieber irgendwie, wie du sagst, dieses Room Service Bundle, wo man vielleicht einen kleinen Print drin findet. Und vielleicht, das ist jetzt der fetteste Spoiler. Ich habe noch gar nicht mit meiner Designer gecheckt, dass sie es macht. Aber ich hau es raus, dann muss ich es machen. Ja, ist gut. Auf jeden Fall auch immer nützlich für Hotelzimmer gebrandete Kondome und so. Okay. Also das wird es da auch vermutlich dann drin zu finden geben und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. So. Okay. Okay, das ist stark, ja? Ja. Okay, krass. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie man sowas angeht und wo man sowas, wobei, ich habe es irgendwie, es gibt es auch manchmal auch so Partys und so, dass man da so Kondome mit dem Logo bekommt und so ein Kram. Es gibt zum Glück sehr viele Werbeanbieter online, bei denen man einen Werbeartikel bekommt und auch unter anderem Kondome machen kann. Ja, perfekt. Es ist mega cool. Das finde ich sehr innovativ. Also habe ich jetzt so noch nie gesehen, würde ich sagen. Absolut. Also in dem Rahmen. Ich fand das halt irgendwie cool, weil es gibt halt so Werbeartikel, die schmeißt du sofort weg. Ja. Und wenn ich aber, glaube ich, irgendwo wäre auch so, nicht nur für das Buch abrund, aber wenn ich davon aber irgendwo wäre und jemand würde mir irgendwie gebrandet irgendwie Kondome andrehen, natürlich stecke ich die ein, weil die kann man ja mal brauchen. Könnte man mal benutzen. Und dann ist mir auch im Zweifel egal, was da draufsteht und ich gucke es vielleicht dreimal noch an und habe dann irgendwas verinnerlicht oder sowas. Ja. Aber selbst wenn nicht, dann behalten die es trotzdem, weil es halt irgendwie einen Nutzen und Zweck hat. Ja. Anders als ich das mache, wenn mir jemand einen Flyer unter die Windschusscheibe, also eine Windschusscheibe klemmt und wir kaufen ein Auto. Das schmeißt du halt sofort weg und die meisten dann leider auf den Bürgersteig. Ja. Gibt es das eigentlich noch? Ja. Ich hatte letztens noch so ein Kärtchen am Auto. Echt? Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen irgendwie. In Köln ist das noch ein Ding. Echt? Ist das ein Ding? Ok, krass. Das ist wirklich noch ein Ding, ja. Ok, crazy. Sieht auch immer noch gleich aus, genau. Ja, da hat sich nichts dran geändert. Es sieht immer noch genauso seriös aus wie vor 20 Jahren. Druck noch wirklich seit 20 Jahren wahrscheinlich einfach immer, bestellen immer so 1000 Stück, immer das gleiche. Das sind immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren, nur halt immer noch die gleiche Menge, weißt du? Achso. Das wird noch nicht aufgebaut bis jetzt, weißt du? Ich glaube, es sind immer so 80 Millionen von bestellt und die sind jetzt, immer werden die noch verteilt. Ja, ok. Das ist auch immer ein Qualitätsmerkmal, das sieht man an diesen Dingen ganz gut. Je mehr Schriftarten, desto seriöser ist auf jeden Fall der Handy. Immer besser. Ja, auf jeden Fall. Comic-Sense drauf. Immer toll. Träumchen. Das hast du in deinem Buch bestimmt auch, ne? Comic-Sense ist ja da sehr viel vertreten. Das ist mein Hausfond. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf das Layout und generell auf das Buch. Layout kann ich gleich schon mal zeigen, wenn ihr wollt. Okay, sehr gerne. Also hinter den Kulissen natürlich, die da draußen sind. Sehr streng geheim, ja. Ihr habt schon einen großen Spoiler bekommen, würde ich sagen. Genau, es gab schon den großen oder kleinen Spoiler, je nachdem. Ja. Von Person zu Person, glaube ich. Aber ja, den Rest kann ich euch gleich gerne schon ein kleines Sneak Peek geben, davon wie das aussehen wird. Auf jeden Fall. Ist das Cover denn, was man auf den Bildern gesehen hat? Ist das schon das finale Cover? Das ist das finale Cover, ja. Okay, sehr cool. Das fand ich auch stark. Ja, das ist das finale Cover. Aber ich hätte eigentlich von mir gedacht, dass es ein Schwarz-Weiß-Bild wird, weil es gibt gar nicht so viele Farbbilder in diesem Buch am Ende, aber... Achso, also es gibt Farbbilder? Es gibt ein paar Farbbilder, tatsächlich. Ah, okay. Das ist ja auch immer ein Spoiler. Die Kitzel, die Spoiler hält sich so ein bisschen raus. Eine Strecke ist sogar nur in Farbe, glaube ich. Das ist eine ganz vom Anfang, dass ich damit noch so viel gemacht habe mittlerweile. Weil es ist ja quasi gar nicht mehr mein Ding großartig. Aber... Ja. Okay, krass. Wie kam das? Bist du nur noch Schwarz-Weiß? Boah. Oder fast nur noch? Ich gebe hier nur so super kalkulierte Antworten. Schwarz-Weiß zu Hause entwickeln ist einfach. Und deswegen ist Schwarz-Weiß-Fotografie analog viel billiger als Farbe. Mhm. Und deswegen habe ich das irgendwann gemacht. Okay. Und auch da mich dann später erst wirklich verliebt in die Ästhetik von Schwarz-Weiß und diese Zeitlosigkeit und was man da nicht alles immer zusagt und anlichtet. Aber der Ursprung ist, es war billiger. Okay. Und deswegen machbarer. Cool für mich. Ja. Ja, okay. Warum nicht? Und dann entwickelt sich da so eine Liebe. Das ist auch immer was. Ja, genau. Und es geht immer schnell. Ich mag es immer gerne, wenn du kommst nach Hause nach dem Shoot, kannst du es entwickeln, du kannst es scannen und dann ist es einfach fertig. Richtig. Du bist schnell fertig und du musst nicht eine Woche oder zwei drauf warten. Das macht schon oft Sinn. Habe ich in den letzten Monaten trotzdem oft genug gemacht, weil seit mein Sohn da war, war irgendwie die Primo nicht mehr auf, stundenlang vorm Scanner zu sitzen. Okay. Ja, gut. Aber grundsätzlich mag ich das auch gerne und es gehört für mich auch irgendwie so ein bisschen mit dazu zu diesem Prozess. Ich habe ja eben schon mal, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, es gibt ein Bild, das auch glaube ich im Buch gelandet ist. Da kann man, wenn man genau hinguckt, einen Fingerabdruck von mir erkennen, der daherkommt, dass ich beim Entwickeln des Films mich an den Film geschnitten habe und dann aus Versehen mit meinem Daumen einen Blutfingerabdruck auf das Negativ gesetzt habe und das halt mit eingescannt wurde. Ich habe eine Ausstellung mal gemacht zu Hotel Stories, also zum Zwischenstand vor zwei Jahren mit Sebastian Trägner zusammen hier in Köln im Bunker. Und das Bild hat auch einen Kunden gekauft und der Galerist hat mich nachher dann irgendwie angerufen und gesagt, hey, ich glaube da ist irgendwas schief gelaufen mit deinem Druck, weil da ist irgendwie so Schmutz drauf. Und ich habe in der Zeit, nee, das ist mein blutiger Fingerabdruck, der mit eingescannt ist und der fand es dann plötzlich viel geiler, weil dann halt so eine Geschichte irgendwie man dazu erzählen kann zu diesem Bild. Crazy. Aber das war, war dann an der Stelle das Bild trotzdem entwickelt? Es war trotzdem entwickelt, ja. Okay. Das ist auch nur, das ist wirklich so, es ist dezent, ich habe nicht einen kompletten roten Fleck darauf geklatscht, es ist ja so ein dezenter Schimmer. Ein leichter Filter da. Ja, man sieht halt so ein bisschen diese Streifen, diese Fingerabdruckstreifen. Das ist schon cool. Okay, das musst du gleich mal zeigen. Würde mich mal interessieren. Ja, das muss ich tatsächlich auch mal zeigen. Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Aber krass, ist mir in der Schwarz-Weiß-Entwicklungskarriere auch noch nicht passiert. Aber... Noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Ja. Ich will es nicht zu laut sagen, aber... Vielleicht bist du ja vorsichtiger als ich oder hältst dich so an die klassischen Standards wie Handschuhe tragen beim Video. Nee, 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 nee. Ich will es laut sagen, aber ich bin doch immer so Team Essen und Trinken beim Entwickeln. Ist auch mal nicht so eine gute Sache, sage ich mal so. Aber... Ja, oder beim Scannen auch. Irgendwie so fettige Pizza und dann schön ohne Handschuhe auf dem Film rumpapschen und so. Ob ich das gestern noch um 1 Uhr nachts gemacht habe? Vielleicht. Vielleicht. Nein, ich doch nicht. Auf keinen Fall niemals. Nein, nein, nein. Und es war auch so dieses klassische, ich packe die Pizza in den Ofen und denke mir, okay, jetzt kannst du erstmal den Film einspulen. Weil, geht ja easy. Pizza ist 10 Minuten im Ofen. Und natürlich ist es genau dieser eine Film wieder, den du nicht eingespult kriegst. Ah. Und dann der Wecker klingelt. Pizza ist fertig. Und du sitzt da. Und denkst dir. So langsam. Jetzt könnte sie schon schwarz sein. Hm. Ah, ich glaub. Na, jetzt ist sie verbrannt. Aber es hat funktioniert. Also es war gerade so noch okay. Ich weiß auch nicht was. Es gibt immer diesen einen Film, wo plötzlich die Spule blockiert. Oder der rutscht dir wieder raus. Dann musst du von vorne anfangen. Und der ist ja schon komplett aufgezwirbelt und so. Ja. Und das ist immer genau... Bei mir ist es immer genau dieser Film, wenn man sagt, okay, ich hab jetzt noch vielleicht 20 Minuten und das passt perfekt. So eine Entwicklung. Aber genau dann funktioniert es nicht. Es ist immer so. Es ist immer das Gleiche. Ja. Aber ja, immer wieder spannend. Okay. Sehr cool. Ich bin sehr gespannt auf das Buch, muss ich sagen. Bist du denn bisher zufrieden, wie es... Also, was ist denn das Feedback bisher? Also ich mein, klar, das Buch ist noch nicht draußen. Das Buch ist noch nicht draußen. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja immer so ein Ding, gerade in den sozialen Netzwerken. Das Feedback ist sehr gut und gefühlt haben alle Bock darauf. Ja. Wie sich das nachher umrechnet in Vorbestellungen und so weiter, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wobei da, ich mein, das kenn... Also da mach ich mir jetzt nicht so einen großen Kopf drin, weil erstens ist es ja doch so, dass bei so Crowdfundings vieler Unterstützung dann irgendwie am Ende kommt, weil ich hatte jetzt irgendwie Zeit drauf vor 50 Tagen und super viele Leute sehen das und denken sich, ah, ich hab ja echt noch Zeit, ich mach das dann noch irgendwann und dann passiert es dann kurz vor Schluss. Deswegen, die letzte Woche muss man nochmal so ein bisschen pushen und so. Ja, das glaube ich, ja. Aber es ist auch vollkommen egal, ob jetzt beim Crowdfunding diese... Auch diese 5.000-Euro-Marke ist ja nur eine Fantasiezahl. Die Produktion ist ja deutlich teurer von so einem Ding. Und egal, ob die erreicht werden oder nicht, wenn da dieser Bereich, dieser Betrag dann am Ende irgendwie noch fehlt um x 100 oder 1.000 Euro, dann schießt sich die selbst rein damit, dass alles geglückt gilt und getopft wird das Buch sowieso. Also das ist vollkommen egal. Ehrlicherweise, so ein Crowdfunding ist auch immer ein ganz guter Zeitraum, um so ein bisschen Werbung zu machen. Ja, voll. Und oft irgendwie dankbarer als einfach was rauszuhauen und es ist da, weil dann passiert da was, dann gibt es was zum Unterstützen. Ja. Und da spielt man natürlich auch, und es ist vielleicht blöd von mir das jetzt zu sagen, aber man spielt natürlich auch so ein bisschen verkaufspsychologisch, weil es gibt Leute, die sagen, ey, ich möchte die Person unterstützen bei diesem Projekt, auch wenn ich das Produkt für mich nicht brauche, aber ich kauf's trotzdem oder bestell einen Print oder sowas, was ich vielleicht sonst nicht tun würde. Ja. Weil ich gerne möchte, dass dieser Person geholfen wird, das ganze Ding zu realisieren. Voll. Und damit erhöht man halt einfach so ein bisschen vielleicht die Bereitschaft von Menschen, sich daran zu beteiligen. Ja. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Das gehört halt dazu. Ist ja vollkommen gemein. Das ist ja vollkommen gemein. Bist du ja nicht der Einzige, der das so macht, würde ich sagen. Nee. Eben. Deswegen. Ich finde es auch, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Nee. Also. Ich finde das super so. Ich meine, das sorgt ja auch im Endeffekt dafür, dass du das Buch vielleicht ein bisschen günstiger anbieten kannst, als wenn du jetzt eine riesen Vorbestellung auf dein Konto quasi machst, also auf deine Vorkasse. Und das ist ja dann im Endeffekt Win-Win für beide Seiten, würde ich sagen. Ja klar. So vom Ding her. Absolut. Und ich finde den Preis auch vollkommen fair. Gib mir halt so ein bisschen Planungssicherheit. Ich habe damals halt immer gesagt, okay, ich möchte gerne so eigentlich am liebsten bei diesen klassischen 40 Euro landen, was so lange so eine Marge war, wenn man sich Ben Hammer, Ben Benchner etc. 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 anschaut. Das ist immer so dieser Mittelwert. Aber dann muss es halt doch Hardcover sein. Ja. Ja, finde ich aber auch. Ja, Softcover. Finde ich auch besser. Also ganz ehrlich. Ich habe kein Problem mit Softcover. Ich habe viele Softcover-Bücher zu Hause. Bei mir war es halt eher so der Gedanke, wer weiß, ob ich nochmal in die Position komme, ein Buch zu machen. Vielleicht bleibt das für den Rest meines Lebens das einzige, also neben dem Magazin, das ich ja mache, das einzige richtige Buchbuch. Und dann möchte ich natürlich, dass das auch irgendwie was hat. Ja, ich finde auch immer der Inhalt, der jetzt bei dir auch drin ist, das braucht auch einfach ein Hardcover. Das finde ich auch. Das ist wirklich hochwertiger. Das ist so qualitativ, das ist einfach, da machst du jetzt nicht unbedingt einfach so ein Seen. Weißt du? Nee, also ich habe da zwischendurch auch immer drüber nachgedacht, immer dann, wenn ich unsicher war, ob ich genug gute Arbeiten habe. Also ist es gut genug für ein Buch? Das ist ja die Frage, die man sich immer stellt. Und deswegen war ich schon häufiger davor zu sagen, ach fuck it, dann wird es halt einfach nur ein kleines Seen und dann wird das Ganze eingestampft. Da brauchte ich dann erst Tregi, der mir gesagt hat, auf gar keinen Fall machst du daraus ein Seen. Du Arsch, du machst daraus ein Buch. Fertig. Und ich finde aber auch tatsächlich, wo du sagst, es passt irgendwie zum Inhalt. Ja. Jede Strecke in diesem Buch ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Blick hinter die Tür eines Hotelzimmers. Und wenn ich dann natürlich einen Buchdeckel habe, der natürlich durch Hardcover auch eine gewisse Schwere hat und ich klappe das auf, ist es so ein bisschen, als würde ich diese Tür öffnen und sehe dann, was mich dahinter erwartet. Ja. Verstehe ich. Ich tue jetzt so, als wäre das konzeptionell gedacht. Das fiel mir gerade erst an, aber es passt ja irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung und mir ist halt trotzdem wichtig, dass ich da was mache, was sich Leute auch leisten können. Ja. Ich bin gar kein Fan von dieser militären Kunstsache, dass Bilder nur bei Leuten hängen, die irgendwie sich finanziell keine anderen Sorgen machen müssen. Verstehe ich. Ja, voll. Ja. Und deswegen weiß ich natürlich auch, das Ding kostet jetzt 55 Euro, das ist fucking viel Geld. Ja, safe. Ja, für die Falle. Es gibt bestimmt super viele Leute, die denken, hey, hätte ich gerne, aber ich habe halt die Kohle gerade nicht und das ist auch total fein und ich kann das total verstehen und wenn da jetzt tatsächlich einer eurer Hörer ist, der in dieser Situation ist, dann soll der mir schreiben, da kann man immer irgendwie was machen. Ja. Ich finde das immer schlimm, wenn irgendwie Geld so, Geldkeeper zu Zugang zu Kunst irgendwie ist. Das gefällt mir nicht so gerne, mag ich nicht so gerne. Ja. Hätte ich mir jetzt bei dir auch nicht anders vorgestellt. Nee. Also vom Typen her einfach. Das hätte überhaupt nicht gepasst. Aber nee, finde ich auch so. Also finde ich auch cool. Ich meine, du bist ja bestimmt vielleicht auch nochmal eins, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, vielleicht eins verlosen. Auf jeden Fall. Irgendwann. Also. Wir können auch tatsächlich heute eins verlosen an euren Leute. Ich habe ja auch schon vorher gesagt, ich habe ein paar Prints mitgemacht, ein paar kleine. Erzählt, genau. Und wir können sehr gerne auch noch ein Buch raushauen. Es dauert ein bisschen bis es kommt, weil es wird vermutlich erst so im Januar gedruckt. Ja. Aber dann gibt es ein bisschen Vorfreudezeit für den oder diejenigen, die da irgendwie zuschlägt. Können wir gerne machen. Dann würde ich einfach mal sagen an der Stelle. Ja. Schauen wir in die Beschreibung. Ich würde das Ganze auf Instagram wahrscheinlich verlosen. Das ist wahrscheinlich einfach. Ja. Das ist am einfachsten, genau. Und dann einfach gucken, was da die Gewinnbedingungen sind. Können wir uns ein bisschen was überlegen. Vielleicht irgendwie eine coole Antwort oder keine Ahnung. Und dann losen wir das aus. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Coole Idee. Doch, finde ich gut. Jetzt, wo du von eurem Instagram sprichst, das ist mir letztens erst bewusst geworden. Ja. Ich habe ewig gedacht, euer Podcast hieß ShutterSpeedy. Weil euer Instagram-Handle dieses Y-T-E für YouTube. Oder ist es YouTube? Ja, ist es YouTube? Weil das Problem ist, dieser Handle ist weg bei irgendeinem Typen, der fünf Abonnenten hat und der heißt ShutterSpeed. Und ich habe ihn sogar schon angeschrieben. Ich habe schon gesagt, ich würde sogar Geld dafür geben. Aber der antwortet einfach nicht. Ja. Ja. Also ohne Profilbild, ohne alles. Irgendjemand hat sich wahrscheinlich einfach nur damals diesen Namen geclaimt so. Gibt es da total viel so. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal jemanden geben, der den für viel zu viel Geld kauft. Ja. Ja, genau. Und deswegen habe ich immer irgendwie gedacht, euer Podcast hieß ShutterSpeedy. Ja. Und dann konnte er mir nicht so viel erklären. Okay. Kann ich verstehen. Also ShutterSpeedy hätte ich mir dann noch irgendwie herleiten können, das Thema. Ich habe immer massiv verwirrt, bis ich dann, ich glaube, eben erst auf dem Weg auf dem Fahrrad gedacht habe. Ach ja, die machen wie? Au. Das steht für YouTube. Okay. Okay. Du hast verstanden. Du hast verstanden, endlich. Ja. Bist du bei der, also das habe ich sonst noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja, ich bin der Einzige, der blöd genug war, das irgendwie nicht zu checken, weil ja nicht euer Logo sich richtig angeguckt hat, wo der HP ja draufsteht. Ja, aber ach nee. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann, ich wollte es irgendwann vielleicht nochmal ändern, in Shutter-Speed oder so. Nee, das bleibt so. Das ist ja das Legendär, das darf man nicht mehr ändern. Das darf man nicht mehr ändern. Jetzt ist vorbei, jetzt ist der Name. Jetzt ist aller, aller spätestens vorbei. Das ist geclaimt. Nee, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass du Instagram ansprichst. Ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt unser Freunde-Buch vielleicht auch. Äh, ja. Ja. Du kriegst natürlich jetzt auch einen Eintrag. Ah, das ist schön. Das ist ja ganz wichtig. Das ist schön. Ich habe schon ewig nicht mehr irgendwas in irgendeinem Freunde-Buch gesprochen oder gesagt. Genau dafür ist es ja da. Das ist ja genau perfekt. Das ist wunderbar. Du musst ja immer nochmal selbst reingucken, um zu wissen, was du da... Ja, das Ding ist, ich glaube ich würde es auch so hinkriegen, aber dann vergisst man so eine Frage und dann ist es hinterher wieder so. Ja, eigentlich können wir das ja so machen, oder? Ja, okay. Wenn du das sagst. Ich mach das immer. Ich weiß nicht, was da drin steht. Komm, schieß los. Okay, hach aus. Bin ich gespannt. Und wenn da eine Frage am Ende fehlt, kriegst du es so wie ohnehin. Ja, ich weiß nicht. Es tut mir jetzt schon leid. Sorry. Lieber Jannis. Ja. Hast du einen Spitznamen? Wir fangen mal ganz locker an, bevor wir die schweren Fragen kommen, die wir dann vergessen. Das hängt davon ab, wenn du fragst. Es gibt Kreise, bei denen habe ich einen, es gibt Kreise, bei denen habe ich keinen. Okay. Okay. Das, was man öffentlich sagen kann und womit du dich wohlfühlst. Meine Mutter und eine meiner Schwestern nennt mich Muck. Okay. Das habe ich aber auch schon mal gehört. Das ist der kleine Muck, das ist so ein Kinderbuch. Ja. Charakter. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Okay. Mhm. Wie alt du bist, haben wir ja gerade schon gelernt. 31? 31, ja. Okay. Das kommt auch mit ins Freundebuch. Und jetzt stockt es bei mir schon. Ja, stockt es bei dir schon. Wie oft hast du das jetzt gemacht? Ach nee, wo du herkommst. Ja, wo du herkommst, ist glaube ich das nächste aus Köln wahrscheinlich. Ja, wo du wohnst. Wohnt wo ich in Köln noch. Ja, wo du wohnst, in Köln. Okay. Richtig. Ähm. Ja, schieß mal los hier. Du hast doch hier so große Töne gespuckt. Bei mir ist das vorbei. Also danach weiß ich wieder, aber... Feuer. Ja, ich würde jetzt einfach mal ganz entspannt mit den Lieblingsfilmen anfangen. Mhm. Ähm. Also wir machen es einfach so, dass wir quasi einmal... Analogen Film und Filmfilmen. Analogen Film und einmal Filmfilmen, also Kinofilmen oder irgendwie Serie. Okay, okay, okay. Das ist ganz entspannt. Analoge Film wäre, wäre HP5. Mhm. Auch da, der ist zum Lieblingsfilm geworden, weil Tricks plötzlich so teuer war und dann will ich umswitchen. Seitdem liebe ich ihn. Ich weiß nicht, ob... Ey, das klingt alles so furchtbar fucking rational. Aber es macht Sinn. Ist aber so. Ganz ehrlich. Ich finde es interessant, weil alle sind dann immer so, ja, nee, aber es war nicht so, weil es dann billiger war, sondern einfach, weil ich den viel cooler fand. Und dann denke ich immer so, hm. Deswegen. Ist einfach ehrlich. Ich bin auch ganz... Ich bin aber auch ehrlicherweise kein Bewusst. Also es gibt ja Menschen, die behaupten, hey, nur der Film, weil der hat das beste Grain und dies, das. Ja. Ich würde, wenn du mir Bilder zeigst, fünf Bilder von der gleichen Person, vom gleichen Ort mit fünf verschiedenen Filmen, ich könnte ja never ever sagen, welcher Film bei welcher ist. Das wäre mir auch vollkommen egal. Ja, ja, ja. Verstehe ich überhaupt. Ja. Das ist immer noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber es ist schwieriger. Ja, vor allem wenn du da im Edit noch... Ja, dann hast du den Film ausgesehen ein bisschen unterbelegt, dann sieht der sowieso schon wieder komplett anders aus, wo du ein bisschen pushen musst oder am Ende ein bisschen drückst oder ziehst. Ja, voll. Also, das lasse ich die 60-Jährigen in ihren Lanker-Forum-Biskutieren beteiligen. Liebe Grüße an der Stelle, da willst du mich hier wahrscheinlich auch wieder ein paar Kommentare geben. Wie viel Prozente Hörerschaft habe ich jetzt beleidigt von euch? Vermutlich nicht so viel. Ich sag mal so, das sind meistens immer die, wovon so die Hate-Kommentare kommen. Liebe Grüße an der Stelle. Aber alles gut. So ist das halt. Aber ich bin auch ein Fan davon, bei Schwarz-Weiß in Lightroom nochmal so einen Ticken Kontrast reinzuziehen. Ja, verstehe ich aber auch. Verstehe ich. Weil ich mag schon gerne so knackig in Schwarz-Weiß. Also ich finde das immer schon ganz geil, wenn der so ein bisschen Power hat. so. Ja, voll. Und ich finde gerade so der Try-X, wenn man den Box-Speed schießt und dann so ein bisschen überbelichtet, finde ich ist der sehr soft teilweise. Das stimmt. Also ist mir auf jeden Fall aufgefallen in den letzten paar Rollen. In den letzten paar Rollen. Ich mag das aber auch gerne. Ich scanne die tatsächlich total oft und drehe beim Scannen den Kontrast ein bisschen runter, auch damit da irgendwie nichts ausbricht in die eine oder andere Richtung. und den Lightroom drehe ich dann einmal den Schwarz-Wert-Regler auf 80 runter. Und dann ist der Kontrast wieder da und bin ich happy. Ja, verstehe ich aber auch. Ja, was ist denn dein Lieblings Film, Kinofilm, Film, 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 Film? Hast du überhaupt einen, der dir gerade einfällt? Das ist nicht schlimm. Oder einfach einen, den du gut findest, der dir gerade in den Kopf kommt. Also ich habe so... Die Stille ist auch schon von der Tür. Die Stille ist auch schon von der Tür. Die Stille ist auch schon von der Tür. Okay. So Feel Good wäre es die Herr der Ringe Trilogie. So als Einzelfilm müsste ich Interstellar sagen aus verschiedenen optischen Gründen. Ja, verstehe ich auch. Sehr starker Film, das stimmt. Ja. Herr der Ringe, mal so ein entspannter Abend-Film für nur drei Stunden reinbrettern. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber bin ich auch großer Fan von, das stimmt. Habe ich auch sehr oft gesehen. Ja. Was gibt es denn da noch? Lieblings Getränk? Boah. Jetzt kommen die Quatschfragen. Kannst du fragen ja doch auswendig. Ja. Es ist so ein bisschen gemischt. Es gibt so Quatschfragen und manche sind so ein bisschen seriöser. Es ist immer so... Ja, es ist so eine gute Mischung. Wo wir eigentlich so einen lustigen Einstieg immer in so ein Gespräch haben. Aber wir machen das immer am Ende des Gesprächs. Deswegen ist es eigentlich Quatsch immer. Ja, genau. Also Lieblings Getränk würde ich vermutlich sagen, weil sagen wir jetzt ja nichts Unalkoholisches, das ist ja langweilig. Meine Freundin und ich haben so ein Ding für Lille Wildberry. Oh, okay. Den wir uns jetzt auch seit unserem Sohn ab und zu abends mal früh schläft, irgendwie auch jeden zweiten Abend dann irgendwie mal rein tun. Ja. Okay. Der hat einen Platz in meinem Herzen, dieser Drink. Auf jeden Fall. Das ist so die moderne Parenthood oder wie man sagen möchte. Sonst ist es immer der Rotwein gewesen und jetzt kommt die Lille Wildberry Phase. Ja, genau. Die ganzen jungen Eltern, die trinken dann vermeintlich coole Getränke. Aber Lille Wildberry finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, mit Wein kann ich nicht so viel anfangen. Das ist so ein kleiner Funfact, den man vielleicht auch in so ein Freundebuch schreiben könnte. Ich wurde ohne Geruchssinn geboren. Krass. Okay. Und dementsprechend beschränkt sich mein Geschmack halt auch auf süß, sauer, salzig, bitter, scharf. Das ist eine Schärfe eher so eine Art Schmerzempfindung als wirklich Geschmack. Und Wein funktioniert aber ja nur über Aromen, nur über Dinge, die über die Base aufnimmst. Deswegen ist das so gar nicht mein Getränk. Aber Lille Wildberry, das ist süß und das ist bitter und das sind die zwei Sachen, die ich schmecke. Und dann bin ich fein und happy und noch so ein bisschen sauer und dann kriege ich davon was mit. Sascha macht genau diesen Party rausschmeißer. Plötzlich gehen hier Lichter an, die vorher aus waren, um so zu suggerieren, hey, mach mal raus aus dem Laden. Er muss jetzt warten. Das ist unser Laden jetzt für heute. Ja. Nein, aber liebe Grüße an Sascha und danke nochmal, dass wir hier drehen dürfen. Ja, danke. Sehr wichtig. Danke, Sascha. Danke. Als nächstes kommt, glaube ich, Lieblingsessen. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage wegen dem Geruchssinn. Also bist du, also ist vielleicht komisch jetzt oder schwierig für dich zu beantworten, wenn man damit geboren ist. Ja. Aber hast du irgendwie dadurch irgendwie andere Vorlieben, was das angeht? Also oder isst du an? Ich esse vielleicht besonders intensiv. Also ich mag gerne dann sehr gesalzenes Essen. Essen zum Beispiel Sachen mit ordentlich Wumms, weil alles, was er mir sagt. Du kannst auch vier Löffel Oregano irgendwo reinkippen. Das kommt bei mir einfach nicht an. Deswegen lieber vier Löffel Salz. Okay. Ich gucke zwar auf die Uhr, aber wir haben noch ein bisschen bevor Sascha sein darf. Ja, natürlich. Da sollen wir nicht so stressen. Ja, da sollen wir jetzt hier keinen Stress machen. Der hat auch Kunden vor der Tür stehen, aber auch die haben da noch. Ja, da müssen sich alle warten. Wir können uns jetzt alle zugucken. Wir haben einen Zuhörer heute. Live-Podcast hier. Ja, aber Lieblingsessen? Gibt's was? Als Belgier Fritten. Okay, ja. Muss ich sagen. Verständlich. Das ist mir in die Wiege gelegt und komm ich nicht drum rum. Okay. Kann ich mir vorstellen. Darf ich fragen, woher du aus Belgien kommst? Ich komme aus dem östlichsten Osten. Ich bin weit von Aachen aufgewachsen. Da spricht man auch Deutsch in der Ecke, deswegen auch Muttersprachler Deutsch. Kennst du die Pizza Bella Italia? Wir haben so eine Lieblingspizza in Belgien. Wir fahren manchmal nach Spa. Kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Und auf dem Weg gibt's immer so eine Pizzeria. Und das ist für uns so hier in der Gegend die beste Pizzeria. Also in der Gegend, in Anführungszeichen. Weil Bella Italia heißt ja gefühlt jede zweite Pizzeria. Ja. Eupen heißt das, glaube ich, ne? Eupen, ja. Eupen, ja. Eupen, ja. Eupen, ja. Das ist mein Hut. Perfekt. Eupen ist mein Hut, ja, genau. Erkennst du das? Bella Italia? Da bin ich bestimmt auch schon mal gewesen. Ist das so mitten in der Innenstadt? Das ist da auch, haben wir das letzte Mal gesehen. War ganz cool. Also kann ich sehr empfehlen. Falls du mal in der Gegend wieder bist. Falls ich nochmal zuhause bin, dann springe ich da mal rein auf jeden Fall. Ja, kann man sehr empfehlen. Finde ich so eine gute Pizzeria. Die wird auf jeden Fall immer gesnackt, wenn wir da mal wieder in der Gegend sind. Ja. Was kann man als nächstes? Ich glaube Kleinbild oder Mittelformat. Das ist richtig. Und Schwarz-Weiß oder Farbe. In dem gleichen Sinne auch gerne. Okay. Schwarz-Weiß, Farbe ist ja klar. Also es ist auf jeden Fall Schwarz-Weiß. Und Kleinbild, Mittelformat. Auf jeden Fall Kleinbild. Mittelformat ist mir dann schon wieder zu glatt. Auf eine gewisse Weise. Also es sieht bestimmt toll aus, wenn man es vergrößert und druckt und so weiter. Bla. Ja gut. Ist super. Aber irgendwie Kleinbild ist so mein Ding. Okay. Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, glaube ich. Ja. Und sagen aber auch viele hier im Podcast immer. Ich finde es immer lustig. Weil alle irgendwie sieht man auf Instagram immer so Mittelformat, Mittelformat. Megacool und Großqualität. Das ist deine Auffassung von Instagram. Wir haben andere auch. Okay, okay. Das ist deine Bande. Ich bin ganz froh. Ich habe tatsächlich, ich hatte tatsächlich auch eine Hasselblatt. Hab ich gesehen, ja. Hier von Sascha aus dem Bahn auch so ein bisschen Warnung zu machen. Irgendwo hier oben stehen, glaube ich. Da oben stehen welche. Genau. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer gemerkt, das ist nicht meine Art zu fotografieren. Das ist mir dann schon wieder zu langsam. Ich weiß, alle sagen immer analog ist Entschleunigung. Aber das war mir dann zu entschleunigt. Kann ich verstehen. Also ich fühle das total. Aber ich werde ja auch mal von ihm gedrängt, irgendwie in diese Mittelformatrichtung zu gehen. Stimmt gar nicht. Und jetzt hast du auch eine gekauft, sag ich mal. Ganz kurz aber. Es lag aber nicht an mir. Es lag eher hier an dem Kollegen, der gerade draußen steht. Und den das Ding andrehen wollte. Andrehen ist übertrieben. Aber das ist mir gut geredet, sag ich mal. Ich konnte aber nochmal rausreichen. Ja. Hast du dafür was anderes gekauft? So ist es ja nicht, ne? Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm. Ja. Ja. Gibt es irgendwas, das auf deiner Bucketlist steht für dieses Jahr oder nächstes Jahr oder allgemein? Oh, für dieses Jahr oder nächstes Jahr? Vielleicht das Buch? Vielleicht nächstes Jahr noch ein Buch? Ah, das weiß ich nicht. Vielleicht als nächstes dann Hotel Stories International. Hm. Aber ne, ich habe so einen Langzeitwunsch auf meiner Bucketlist. Das klingt so super klischee, aber ich würde wahnsinnig gerne mal eine Strecke für einen Playboy shooten. Okay. Weil nicht alles, was denn Playboy ist, ist schlecht. Super vieles, ist richtig kacke. Aber es gibt auch echt gute Sachen. Also 80% bis 90% der Serien sind komplett laut ausgeleuchtete. Hier, ich zeige alles, was ich habe. Das ist halt super anspruchslos und scheiße. Naja. Aber immer mal wieder gibt es halt so Strecken, wo du merkst, okay, da steckt da wirklich ein Anspruch hinter. Ja. Und ich habe erst vor kurzem erfahren, dass mein Teamleiter in der Agentur sehr gut befreundet ist mit dem Textchef vom Deutschen Playboy. Ah, okay. Vielleicht kann man da so ein bisschen... Vielleicht kann ich da was... Der kriegt auf jeden Fall ein Buch von mir. Einfach mal so. Einfach mal so. Ein Portfolio zu hinterlassen. Hier, guck mal da. Verstehe schon. Das kann ich. Guck da mal rein. Ja, okay. Verstehe, verstehe. Ja, mega. Ich glaube, das waren alle Fragen, oder? Wenn ich vielleicht... Mein Buch war es alles. Ja? Sicher? Sicher, sicher. Wenn nicht, kriegst du nochmal so eine Nachricht von uns mit so einer Liste und dann musst du das nochmal ausfällen. Da kommen noch zwölf Fragen. Nee, nee, nee. Also ich bin mir echt sicher, dass es das war. Kann man das eigentlich relativ gut merken. Ja. Sehr gut. Sicher? Du kannst ja mal guten Sachen merken, ne? Nee, aber ja, mega. Ja, dann haben wir das auch abgehakt. Dann hast du jetzt eigentlich einen Eintrag in unserem Freundebuch. Yes! Ja, sehr wichtig. Mittlerweile. Es ist schon so ein Ding. Es ist wie so ein großes Auto. Kann man schon sagen, ja. Kann man schon sagen. Es ist so ein richtiges Aushängeschild. Es ist so ein richtiges Aushängeschild. Würde ich auch einen Lebenslauf schreiben jetzt. Mir fiel gerade das fucking englische Wort dafür nicht an, was man nennen muss. Das ist ein Statussymbol. Das ist ein Statussymbol. Das ist ein Statussymbol, genau. Ja, ja. Ja, stimmt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du abschließend mitgeben willst, sagen möchtest? Ein Shoutout, was auch immer. Boah, ich würde am liebsten die ganze Welt shoutouten. Mhm. Shoutout die ganze Welt. Nein, aber es gibt so viele tolle Künstlerinnen und Künstler. Ja. Und ich glaube, wenn ich eine Sache, an die ich gerne appellieren würde, ist, wenn irgendwie Leute habt, Künstlerinnen und Künstler, muss ja nicht in der Fotografie sein. Ja. Musik und so weiter ist genau das Gleiche. Und ihr habt die finanziellen Möglichkeiten, gerade ein bisschen Taschengeld über oder was auch immer. Am Monat ist was hängen geblieben. Ja, vielleicht findet ihr ja die eine oder andere Möglichkeit, hier und da zu unterstützen, von einem Musiker mal eine Platte zu kaufen. Jemand, der nicht schon Taylor Swift ist und das nicht nötig hat, sondern vielleicht auch mal von einem Indie-Künstler irgendwie gar reinzustecken. Vielleicht mal hier und da ein Buch zu kaufen, einen Print zu kaufen und so weiter und sofort alles, was irgendwie den Künstlerinnen und Künstlern hilft. Weil das ist nicht so der Berufsstand, wo man irgendwie generell im Geld schwimmt und das alles zu machen ist wahnsinnig teuer. Bei den Magazinen The Long Times und meinem Buch wird es genau das Gleiche sein. Die tragen sich, also Produktionskosten kommen rein und viel mehr passiert dann auch nicht. Es ist nicht so, dass ich damit viel Geld machen. Darum geht es auch nicht. Das will ich auch gar nicht. Das ist total fein. Ja. Aber deswegen, wenn ihr da ab und zu mal irgendwie die Gelegenheit habt, hier und da was zu unterstützen, dann macht das auf jeden Fall. Ja. Finde ich ein gutes Statement. Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Muss auch nicht ich sein. Kann irgendjemand sein. Nein, also Hauptsache die Kunstszene bleibt irgendwie erhalten. Das ist ja ein ganz allgemeines Thema. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Sehr wichtig, Freunde. Ja. Kauf trotzdem Jannis Buch natürlich. Geh trotzdem auf den Link in der Infobox. Ja. Ja. Sehr wichtig. Ihr findet hier alles in den Shownotes. Genau. Was wir erwähnt haben. Mir fällt eine Sache ein, die wir vergessen haben vom Freundebuch. Dein Lieblingsfotobuch. Mein Lieblingsfotobuch. Ah. Oh. Meiner. Oh. So. Meiner Jungs. Ja. Boah, das ist echt eine schwierige Frage, weil ich natürlich ein paar zu Hause liegen habe. Und es wäre super einfach, auf einen Altmeister zu gehen, wie Lindbergh oder Lüten. Aber ich glaube, mein Lieblingsfotobuch ist, das ist von einem Kriegsfotografen. Der heißt James Nachware. Das ist so der große Name, wo man sich ein bisschen in Konfliktfotografie auskennt und schaut. Der, der, das ist vielleicht sogar der größte Name überhaupt. Und von dem habe ich ein Buch, dessen Titel ich aber vergessen habe, weil das ist irgendwie so, ich gucke das nicht so oft an, weil die Bilder nicht so einfach zu ertragen sind. Und das habe ich tatsächlich irgendwann mal bei Ebay gekauft für 500 Euro, weil da sein Wunschfotograf drin ist. Ja, es ist total wahnsinnig. Und umso schlimmer das Titel ich kenne. Aber ja, das auf jeden Fall wäre so mein Number One Hedge. Okay, perfekt. Ja, dann haben wir das auch noch. Sehr wichtig. Dann würde ich sagen, Freunde, damit sind wir am Ende. Schaut gerne in die Show Notes rein. Schaut bei Janus vorbei. Kauft das Buch natürlich. Auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Immer gerne. War geil. Auch gerne wieder natürlich. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Sascha macht jetzt deinen Laden auf. Ja, jetzt geht's los. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.